Hat der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auf der Reise das Sunnah-Fasten praktiziert? Barakallahu Fikum, wir wissen nicht genau von unserem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er das gemacht hat, aber wir wissen, dass die Sahaba auf der Reise mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam waren und einige haben gefastet, andere nicht und keiner hat den anderen kritisiert. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war dabei, der hat das bestätigt, aber er selber, er selber, Entschuldigung, dass man sagt, hat er selber, Allahu Alaihi Wasallam.